Heute bin ich heute mal nicht alleine, nämlich mit drei Leuten, mit drei Freunden. Also mit drei Leuten, einmal mit dem Peri, einmal mit dem Peri, dann mit dem Luca und mit dem Finn. Ihr könnt mal Hallo sagen zu den Leuten. Ja, also Finn und Luca sind jetzt mein erstes Video dabei. Also nicht mein erstes und Leute, ihr glaubt es nicht. Ich habe Forky mit Peri im Keller gesehen und Finn und Luca. Ey, Leute, wenn ihr Forky irgendwas näht, dann schreibt es mal in die Kommentare. Und, ja, wir sind ja in Wurmstedt, so wie es aussieht. Ja, und, da hat man noch eine Runde, hier, da hat man Lust, noch eine Brücke zu machen. Ich kann, also, ja. Ich würde mal nicht so rumlabern und los geht's. Fynn, Luca, Fynn, Luca, gehen wir mal in euren Keller. Ja, scheiße. Was denn? In euren Keller. Wenn, wenn, wenn ihr Forky seht, dann schreibt es doch mal in, in die Kommentare. Und, wie viel da nach oben soll mir knacken? 25. 25. 400. 25. 25. Alter, aber halt. Ja. Hä? Das Video kann keine eine Stunde fehlen. Dankeschön. Das Video geht keine... Eine Stunde fehlen. Das Video geht schon zwei Minuten. Zwei Minuten. Nach, nach, nach. So, nicht das... Warte, wir haben ja auch noch einen Aufmerksamkeit. Hier. Ja. Leute, wir sind ja jetzt in den Keller. Scheiße. Warte, ich mach mein Ding an. Leute, ich geh vor. Geh du mal vor, warte, ich kann auf meine Kamera. Ich glaube, ich will Forky. Nein. Nein, ich mach... Nein, das ist Wasserrohr. Das ist teiler. Nein, das ist eine Flasche. Also, ist Forky hier irgendwo? Nein. Leute, ich geh mal kurz mit Peri. Leuchte mal da ins Loch. Nein. Nein. Also, Forky ist hier nicht. In unserem Keller darf er nicht sein. Vielleicht sind wir nicht. Vielleicht ist er hinter uns allen. Forky ist nur einmal. Also, ich weiß nur aus einem Keller, aber in den Haus darf er nicht schreien. In unseren Keller. In unseren Keller. In unseren Keller. Ah ja, in das andere Haus. Leute. Hallo. Da ist wie durch... Hallo. In das Video darf er nicht schreien. Nein. Wir dürfen da nicht schreien. Wir dürfen da nicht schreien. Aber da kann Forky noch was rein. Aber Forky kann sich ja auch wegzaubern. Forky kann sich nicht wegzaubern. Leute, es backt ein bisschen. Ja, Leute. Es tut mir jetzt alles ab von Forky, okay? Ja. Kommt noch nicht, Leute. Ich kann den alten Frito. Oh. Den Autofito. Es gibt kein... Das Autofito. Hier kann niemals Forky sein. Hier ist nicht mal Forky. Das ist der alte Aut... Aut... Kuck, hier ist Autofito. Nein. Nein. Da ist Forky. Rennt! Rennt, rennt, rennt. Ja, da war wirklich Forky. Oh, was ist die... Warum bist du schnell weggefahren? Schein. Weil Forky. Nein. Weil Forky... Ja, gerade irgendwas zu... Immer. Ja. Forky ist ein Puster. Forky ist ein dicker Altsheim, die Missgabel. Damit wollen wir die sehen, dann müssen wir die halt umknicken. Komm, komm. Komm, komm. Hier ist Forky. Da ist Forky irgendwo. Irgendwo ist Forky. Warum? Irgendwo muss Forky sein. Das Video geht schon 5 Minuten. So, Leute. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und... Lasst mal ein Abo und ein Like da. Und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Und... Tschau, Leute. Tschau.